Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge TTT. Endlich geht's weiter, nach über einem Monat haben wir es endlich mal wieder geschafft. Mit dabei sind heute Freero, Kim und der GameDaddy. Hallo. Hallo. Uiuiui. Mann, und wie geht's euch Leute? Mir geht's gut. Weil wir auch nicht gerade schon eine halbe Stunde miteinander geredet haben. Ich weiß. Ich bin müde. So lange nicht miteinander gehen. Ne, Patrick? Mir geht's blendend. Man spürt die gute Nauna einfach. Immer zu blendend, ich könnte Leute überschießen. Ja. Könnt's auch sein lassen. Könnt ich auch. Ich hab mittlerweile so viele andere Spiele wieder gespielt, dass ich total bewirrt bin, dass ich auf Schiff nicht sprinten kann. Ist ja nicht so, dass man es einstellen könnte, ne? Jemand sprintet nicht auf Schiff. Ja, 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 ja. Ich sprinte auf E, okay? Ja, Opa. Salz. Ey. Ey. Nur... Sanien kaputt gemacht. Nicht rumschießen. Guck mal, ein Täubchen. Markus. Wären das so spannende TTT-Runden, wenn wir einfach Waffen verbieten würden? Nein. Einfach nur... Doch. Ich find das total toll. Was? Dann einfach nur... Ne, einfach gar nicht töten. Also, so. Einfach zusammenleben. Wer am meisten Umarmungen sammelt, hat gewonnen, oder was? Genau. Ich sammel treue Herzen auf der Reeperbahn. Hä? Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Muss ich das verstehen als Hamburger? Ja, da bist du jung. Ich versteh's ja wirklich. Ja, ja, kennst du ja den Witz, ne? Kennst du ja den Witz, oder? Kommt die Oma auf St. Pauli? Sieht die ganzen leicht bekleideten Frauen da rumstehen. Denkt sich, hm, das ist aber komisch. Fragt sie... Fragt sie einen Seemann. Sagt die Seemann. Boah, fuck. Die ganzen jungen Damen hier, die da leicht bekleidete rumstehen, ne? Was sind denn das für welche? Sagt er, ja, Oma. Pass mal auf hier. Sind alles Prostituierte sind das. Sagt die Oma, na, 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 wenn da mal keine Nutten bei sind, ne? Ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Ist der schlecht. Ey, der ist gut, Alter. Der ist gut. Guten Abend. Boah, Patrick Niedelfa. Alles klar. Wie war's? Ich hab von mir auf, was mit dem passiert ist. Das war das... Oh, fuck. Als ich runtergefahren bin. Hat keiner gemerkt, ne? Ach, das war das. Ja. So, oh, fuck. Ich hab das falsche Item gekauft. Es wär lustig, wenn es stimmt. Ja, nicht sagen, aber... Es stimmt. Alter, wie viel... Hier ist überhaupt kein Blut, Alter. Überhaupt gar kein Blut. Holy shit, Alter. Welche Blutkrieg ist es? Ja, leider ist eine Periode. Film ist hinten offen. Ich brauch die extra saugfähigen. Film ist offen. Hier. Aufm... Aufm... In der Ecke da. Und Frero ist auch aufm... Aufm... Hier, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wer hat einen Haufen gemacht? Oh, Mann. Ich mach dich jetzt. Komm her. Ja, aber... Wenn du halt noch einen macht, dann... Dann ist die Person echt ein Noob. Ja. Außer es ist mir natürlich... Nein, ich hau lieber ab. Der kippt mich wahrscheinlich noch wirklich. Das wird mir nie passieren. Ach, Quatsch. Ja, genau. Oh, ey. Sky hat der Kim da hinten eigentlich rum immer noch. Der snipet hier gleich alle weg, oder? Ja. Ja, der steht ja noch immer. Ne, als Innocent snipe ich doch keine Leute weg. Nein. Ja, ja. Jetzt hätte ich was gesagt, aber dann werde ich dem Ufer Patrick noch auf dem Boden. Die Randomness is real. So. Dann ist es auch gekehrt. Contenance, eine Stadt in den Fall greift. Wer schießt denn hier? Oh, da ist es. Ich. Eddie Strayter hat gefragt, wer schießt. Bah, Markus. Patrick, ziehst du auf mich? Darf ich nicht... Warum hast du grad... Du standst grad komplett ohne Waffe in der Ecke, ja? Hä? Ja. Da hinten... Da hinten war die Waffe. Und die habe ich mir geholt. Okay. Ups, ja. Ha, 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 ha. Hier, nicht mit mir, Freundchen, ja? Der wollte mich da schon wegmachen. Hä? 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 Ich habe mit Waffe weggeschossen. Du Arschloch! Hey, wer schießt denn da? Die ist da hinten in der Ecke. Ja, genau da. Oh! Frivo ist grad weggesnappt worden. Ja, vom Bolle. Naja. Okay. Bescheiden bis beschissener Anfang. Wow. Vor allem... Ich sag noch... Ja, jetzt wird Bolle weggemacht. Du bist echt ein Noob. Und er macht mich weg. Nein! Ha, 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 ha. Na toll. So ein Scheißdreck, ey. Wer hat doch die Ecke da erfunden, dass man da runterfallen kann, ey. Das ist doch kacke. Ah, die Leiter ist hart, hä? Vor allem, ich hing noch dran und plötzlich einfach, zack, schaden. Easy. Ey, das ist so deppert, das ist deppert vor allem. Dass sich das einfach so abwirrt. So deppert, Frivo. Ja, echt? Unkontrollierbar? Ah, du eine Elite ist. Was ist denn Quatsch? Alter, ich hör die Musik ist so laut wie im Europapark, Mann. Was ist denn da los? Mach halt dein Headset leiser. Äh, was? Hm. Äh, ja. T-t-t-t-t-t-t. T-t-t-t-t-t. Au. Ich bin dumm. Gibt's hier irgendwo gescheite Waffen? Ja, überall. Ja, ich hab eigentlich auch viele gefunden, ja. Das ist halt immer, ne? Oh, da brennt's heiß. Ja, das ist süß. Kommt halt immer drauf an, was man als gescheit zeichnet, ne? Die Bursche hat ist es nicht. Ach so, keine Primärwaffe, oder was? Natürlich hab ich eine, aber mir geht's ja noch um die Sekundär. Sekundär, Schmeckundär, sag ich's ja mal, ja. Ich bin froh mit meinen Dual Elites. Das ist Aiming on Point immer mit der Waffe. Ich steh, ganz ehrlich. Ein dueln? Ja. Ja. Ja, wenn man sich kann. Du, 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 ey. Wenn man sich kann. Das ist richtig. Ja, okay. Pass mal. Hast du mir... Oh. Ist da jemand gestoppt? Nee, ich dachte mir, er will die Dings auf mich draufschmeißen. Anheften und so. Hm. So ist richtig auf I-Touch-Style und so? Was? Als ob das I-Touch-Style wäre? Ja, der macht das immer. Wenn er einen Patrick sieht und er hat eine Plasma, er wirft ihm die immer... Na, er wirft ihn doch nur in seine Richtung. Nee, nee, er trifft ihn recht. Deswegen macht ihm dann Patrick meistens Keg weg, bevor er stirbt. Hm. Hm. Dann ist, Alter, ich meistens Inno. Ja. Di-di-di, Patrick. Ja, Markus. Servus. Hallo, Alfredo. Hi. Und Kim. Oh. Au. A-K-K-K... A-K-K-K... Was? Fero? Eigentlich sollte man Fero gleich wegmachen, weil er hat nämlich... Das Glück. You know? Ich wollte es nur irgendwie mal in Internet weggelegt, so. Ja. Ja, das war... Also... Ping und so. Hm, ja. Äh, äh. Tü-tü-tü. Der Fero. Lol, wolltest du gerade Kim abschießen oder war das da? Ich habe vor seine Füße geschossen. Aha. Ey, was? Alter, wenn ich schieße, treffe ich auch, ja? Ja, ja, ja. Jetzt kommen die Lügen. Äh, Kim, 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 Kim. Hinter uns, hinter uns! Hinter uns, hinter uns, was? Eigentlich ja nur hinter Fero, du hast mich ja gesehen. Kim, Kim, Kim. Kim, 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 Kim. Eins, eins. Hallo. Hallo. Daddy, Daddy. Hey, was denn, was denn? Patrick? Ja? Machst du da? Was mach ich? Was machst du da? Nein. Beobachte euch. Kim. Oder du wirst beobachtet. Kim. Oh, was war das? Alter, hab ich mich erschrocken. Hey. Nein. Hab ihn. Ich war wieder der einzige, der gestorben ist. Mann. Kim ist auch tot. Ich hab ihn. Mann. Das war fail, es waren halt alle bei dir gerade, ne? Ich hab das nicht gesehen, ne? Scheiße. Ja, kann man das machen. Blöd gelaufen. Das ist richtig. Die ganze Zeit waren sie verteilt und dann, ja. Und dann, ja, ne? Und dann, dann, dann waren sie alle da. Oh, ich hab die Dokumative, ey. Wow. Alter, die Lock. Oh, das war knapp. Wir waren grad auf Null. Oh, oh, oh. Was denn? Ich hab dir grad nen Headshot einfach so gedrückt. Und dann, und dann ging die Uhr auf Null. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das hab ich nicht gemerkt. Ich hab die Kranz wirklich gerotzt, dass es kracht. Oh, 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 Plasma in meine Richtung. Oh mein Gott. Das krasse war ich grad genau auf die Zugelaufen. Oh, pfff. Na? Ausweichen will gelernt sein. Ja, wenn die über die Mauer kommt und du hast keine Zeit zum Ausweichen. Na, guten Morgen. Deswegen sag ich ja, ausweichen will gelernt sein. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonne Schein. Kann mal einer diesen Freero ausmachen? Nein. Warum? Ich schon wieder. Ich will nicht wieder der einzige sein, der stirbt. Alles klar. Freero. Wer hat denn da grad geschossen von euch beiden? Äh, ich nicht. Freero ist es. Das war, äh, so, äh, scheiße. Ja, gut. Und schon wieder stirbt, nur Freero. Ich hab sie noch nie probiert. Ich war verwirrt, wie die funktioniert. Ne, war schlecht. Das war gut. Muss auch erst wieder reinkommen. Guckt er da auf mich mit dieser Waffe und dann schießt er die Thomas raus. Alter, mit dem Thomas einfach daneben geschossen. Ich glaub, der ist ja auch extrem langsamer. Ja, aber... Auf die Entfernung ist das, äh, Safe-Kill. Achso, ich weiß noch nicht, wie nahe er mit dir gestattet ist, von da. Er stand direkt neben mir. Ja, cool. Ja, ich hab noch die Thomas benutzt. Lasst mich in Ruhe. Äh, toll, Safe-Kill. Loser. Okay, ich hab's verstanden. Ja, war echt scheiße. Okay. Okay. Ja, gut. Nein, Kim. Ach, Gottes Willen. Nein, ich hab die Waffe von jemand anderen aufgehoben. Ha, ha. Hä, wieso, wen hast du erschossen? Gar niemanden, ey. Naja, wie kann man dann ne Waffe von jemand anderem aufheben? Weil er sie fallen lassen hat. Hab fallen lassen. Naja. Oh, oh, oh. Boah, das war close. Justus ist es. Alter, hast du grad auf mich geschossen unterwegs? Nein, ich hab aufm Boden geschossen. Ja, ja, ja. Da sind doch Einschlüsselecker aufm Boden. Guck mal rein hier. Ja, ja, genau, genau. Diss-Aiming, Alter. Diss-Aiming. Wenn ich schieße, treffe ich, außer mit Thomas. Ja, mit Sniper triffst du aber. Aber mit sonst doch nichts. Mit Sniper trifft er nur einen, der komplett steht. Ja, das stimmt doch gar nicht. Der komplett AFK ist. Ist eigentlich das schwarze Loch da? Kannste reingehen, da stirbst du. Echt? Keine Ahnung. Ja, endlich, ich will mein Leinwänden. Ah, endlich, ich will mein Leinwänden umsetzen. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist richtig. Es ist richtig wieder. Alle! Halla, Halla! Halla, Halla! Toll. Berfekt. Geh mal, war das eigentlich dein Koffer des letztens hier in Wehr? Ja klar. Wow. Boah, die Koffer vertauscht. Das ist blöd. Deine Koffer wurden vertauscht? Ja. Nein, weil bei uns in der Stadt war die Innenstadt gesperrt. Alter, willst du mich verarschen? Was? Er hat zehn Kilometer über dich geschossen. Hallo. Ja? Bei uns in der Stadt, vor dem Dönerladen, wurde eine Bombenattrappe gefunden. Haben sie die ganze Innenstadt zugemacht und so. Aber haben sie alle groß getönt im Radio und so. Und hier Bomben, Alarm, in Wehr und... Eh? Meine, meine Leiter, hau ab, hau ab. Wenn du hochkommst, stirbst du. Hohohoho. Zero, drei, zwei, eins. Wer ist es? Nein, du hast doch mich geschossen. Alter, ich habe daneben geschossen, du duldi. Ey, du bist so ein Penis, Alter. So, jetzt werde ich geschossen. Was war denn das für eine Aktion, Alter? Oh, super Schaft, come on, Alter. Ja. 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 Ja, gut. Was war das? Was war was? Ja, was? Ey, du schießt mich ab, Alter, mit der Pumpe gegen Sniper, Mann. Das war der Pumpe, glaube ich. Nee, nee. Warte, hast du Kima geschossen? Ja, nachdem er dann Frego erschossen hat. Oh, Leute. Kima hat ihn wirklich weggeschossen, einfach. Oh, Mann, ey. So, wenn der auf mich schießt mit der Pumpe, ich stehe da oben mit dem Sniper und der schießt einfach mit der Pumpe auf mich. Ich habe daneben geschossen, Alter, mehr als daneben, mit Absicht, oder, um ihn zu ärgern. Und dann auf einmal schießt er mit der Pumpe auf mich, Alter, was soll'n das? Was sind das für ein Benebene? Ja, war gut, dass Patrick auf dich gezielt hat, Alter. Jo, vor allem, weißt du, wenn du Close Quarter bist, mit dem Sniper da oben. Ja, und die Schrute. Also, ähm, jo. Ja. Unfair. Vero, nicht schon wieder. Du willst doch nicht schon wieder sterben. Ja, er killt dich sonst wieder. Hm. Irgendwie höre ich keine Schüsse mehr. Ja, es ist sau leise alles. Oh. Ah, jetzt höre ich wieder Schüsse. Was hat er gesagt? Jetzt höre ich wieder Schüsse. Kapiu. Schüsse? Ich sehe hier keine Schüsse. Äh. 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 Mehr sag' ich dazu nicht. Die Map ist ultraspannend. Mir auffällt's, hier gibt's so kaum Granaten irgendwie. Mhm. Irgendwie aber auch, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ach, was. Mhm. Ein paar Granaten machen das Leben lebenswert. Ah, ja. Ich hab' ne Granate gefunden. Nice. Unfair. Kann halt irgendwer übersehen. Flieg. Oh. Boom. Ich hab' ne Smoke Grenade. Nice. Achtung, jetzt die Ocarina auf Time aktiviert und dann alles blauer Rauch. Ja, klar. Das ist noch kein Trader, der jetzt benutzt hat. Gut kostet einen Credit, glaub' ich, ne? Mhm. Mal ordentlich unterschätzen. Bestes ist halt vorher gambeln. Alle drei so aufs Mal, weißt' du? Alles oder nix. Entweder kriegst du sechs Credits oder gar keinen. Ja, toll. Ja, weißt du egal, mit sechs Credits. Ja, ja. Kann sich schon einiges machen. Ohne, dass du einen gekillt hast. Sechs Credits. Soll ich was alles kaufen kannst, man? Richtig viele Nutten und richtig viel Koks. Normalerweise ist es Koks und Nutten in der Reihenfolge, aber das steht halt. Egal. Das steht halt. Alter, sechs Trader Credits. What the fuck? Geh' mal auf die Reeperbahn und sag' Hey Baby, ich hab' sechs Trader Credits. Ich krieg' ich dafür. Kredits, Kredits. Ja, zehn Gramm und nen Blowjob, ja. Kredits. Und dann kommt, äh, ein deutscher Kader. Eben sagt, der republikanische Kredit ist ja draußen nix wert. Ihr werdet Kredits akzeptieren. Nein, werde ich nicht. Ihr werdet Kredits akzeptieren. Nein, werde ich nicht. Haltet ihr halt für eine Art Jedi, dass ihr mit eurer Hand so herum pochtelt. Alter, bester Film, Mann. Ohne Scheiß, Mann. Ohne Scheiß, Mann. Wow. Alle vier. Wir sind ja alle um die Ecke gekommen. Oh, wow. Okay. Und wie findet ihr das neue Album von Young Huren? Young Hurensohn, Alter. Von wem? Ich nenn ihn immer liebevoll, Young Hurensohn, Alter. Warum? Ja, ganz ehrlich, der typisch mehr als Truff, Alter. Ja, und? Ich fand es so lustig, ich hab'n Interview gesehen von Flair. Und er meint so, ja, weißt du, bei Young Huren, ich hab' mir zuerst so gedacht, wow, ähm, Teddy ist es, ich wurde mit der Gauss angeschossen. Safe Call. Safe Call. Gar nicht wahr. Alter, wie kann ich ihn nicht treffen? Boah, 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 boah. Alter, von dir hinten. Na gut. Vor allem, ich hab' dich nicht getroffen. Ich hab' so'n schlechten Lame. Woo. Well, that was easy. Na ja, na ja. Ja, liebe Leute, dann war's das für heute. Nicht Metropolis. Okay. Nicht Metropolis. Metropolis. Sorry, sorry, wie mach' ich das? Egal. Liebe Leute, also wie gesagt, dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nerft im Kanal, so ein Abo würde mich sehr freuen. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Und may the fan be with you. Ciao! Adios! Ciao! 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 Ciao!